Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum letzten Mittwochstudio im alten Jahr. Wir möchten die Gelegenheit benutzen und uns bedanken für das Interesse, das Sie in unserer Informationssendung seit ziemlich genau zehn Jahren jeweils am Mittwochabend entgegenbringen. Ich danke natürlich auch für das Vertrauen, das Sie Coop das ganze Jahr durch immer wieder schenken. Bei Coop kommen Sie ja beides über bekannte Markenartikel und leistungsfähige Eigenmarken in einer grossen Auswahl und zu günstigen Preisen. Auch für die Mondrig Silvester Party. Knusprige Häppchen von Goldstar, die man nur noch im Ofen schnell heiss machen muss, fruchtige Durstlöscher wie zum Beispiel den Karibik-Trink, der sich gut zum Mixen eignet, Das Walserwasser ist fein im Geschmack und hat weniger Kohlensäure. Und zum Dessert empfehlen wir die festlichen Schwarzwälder Rahmglasse-Tourten von Piero oder die köstlichen Iglu-Karamellen von Frisco. Oder zum Beispiel den Escafé Gold, Gold Deluxe, als Muntermacher auch für anspruchsvolle Kaffeegeniesser. Brief beantworten, Schreibarbeiten erledigen oder das Büro wieder einmal aufräumen, das sind alles gute Vorsätze, die man sich zum Jahreswechsel immer wieder vornimmt. Darum offeriert Ihnen die Coop jetzt besonders günstiges Büromaterial vom praktischen Büroböttler mit diversem Schreibzeug bis zu den Büroordner in verschiedenen Farben. In Zukunft mehr für die Fitness-Tour gehört ebenfalls ins Kapitel der guten Vorsätze. Für den Fall, dass Sie sich über die Feststelle ein bisschen sportlich betätigen, können Sie bei die Coop jetzt unter anderem Langlauf-Ski kaufen von den Qualitätsmarken Blitzart, Kästle, Rossignol und Fischer. Komplette Sätze mit montierten Bindungen, Stöcken und Schuhen, wie zum Beispiel das Blitzart Quattro Pro für problemloses Langlaufen oder das Kästle CXC Vario 70 für vorgeschrittene Langläufer, offeriert Ihnen Coop übrigens zu besonders günstigen Preisen. Damit sind wir am Schluss für heute. Morgen dann einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf Wiedersehen. Wie immer zeigen wir Ihnen noch ein paar interessante Aktionsangebote, die Sie sicher für die Zivesterpartie gut brauchen können. Wie wäre es mit kanadischem Rauchlachs? 100 Gramm kostet nur 93. Oder Zweifelpompschips, Natur oder Paprika, statt 4,95 nur 93. Zum Dessert offeriert Ihnen Coop zum Beispiel Mondialfruchtkonserven, Bire, Pfirsich, Cocktailfrüchte oder Ananas, 60 Gramm begünstiger. Oder Goldstar Vaniglass, 400 Gramm statt 2,90 nur 2,40. Ideal fürs Fest ist auch Rimus Party. Eine Flasche kostet statt 3,20 nur noch 2,65. Auf Wiedersehen und Prost!